Ich dachte, es wäre cool, wenn man in Lawyer's Legacy Basketball spielen könnte. Darum habe ich mal eine kleine Basketballhalle gebaut und einen viel zu großen Basketball ins Spiel geparkt. Damit rumzuspielen macht schon mal Spaß, aber wir brauchen natürlich auch noch einen Korb. Nice! Es sieht aber doch ein bisschen langweilig aus, wenn man einen Punkt macht. Um es spannender zu machen, habe ich noch eine Netzanimation gezeichnet und ins Spiel geparkt. Ziel in diesem Level wird es sein, dreimal den Korb zu treffen, bevor es weitergeht. Meinst du, du schaffst das?